hey meine lieben ich hab mal wieder ein projekt vor ihr strickt gerne häkelt ich kann es leider nicht wie gesagt für ein neues projekt suche ich nette damen und herren die handschuhe schals mütchen kindersöckchen oder auch säuglings söckchen stricken oder häkeln können und wie gesagt infos in der beschreibung wenn ihr dabei sein wollt schreibt mich an ruft mich an und ich freue mich über viele zuschriften